So, wir wappen uns für diesen Kampf. Oha, warum wirft der auch mit Sachen? Da macht der Schaden. Jungle Spare, Beer. Lieber kurz speichern. What the fuck? Jungle Wood. Oh. Okay. Oh oh, ich habe keine Ausdauer und wir sterben. Fizzer. Fizzer. Na gut. Ne. Ja, okay. Ich würde gerne noch mal meine Waffe vergiften. Dann noch mal speichern. Ich habe leider auch keinen Überblick, wie weit das in die Richtung noch geht. Ich glaube nicht mehr allzu weit, aber hoffen, tue ich es mal. Wo ist denn der Typ? Einfach weg. Vielleicht die Dinger. Es sieht aus, ob ich es auch sammeln kann. Nö. Okay. 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 That's skill. Safe. Keine Chance. Doch. Auch noch geschafft. Was sollen wir denn jetzt eigentlich nochmal von denen holen? Für vier, ähm, Dings. So. Perseid of a Poacher. Ein Amulett. Ach ja, richtig. Das haben wir ja noch nicht. Ja, für andere interessanten Kram. Poacher sind hier zu oft. Dafür sind hier, ne. Sind viel zu viele Poacher. Okay, die Insel ist tatsächlich nicht allzu groß. Ich hatte auf mehr gehofft. Schade. Aber es gibt ja bestimmt noch mehr von denen. Okay, das überleben wir nicht. Ich gehe mal weiter, denn... Oh, da ist auch noch einer. Dreh durch. Oh, da haben wir uns gesehen. Ich wollte die auch sammeln und nicht voll durchlaufen. Danke. Danke dafür. Blood Jungle. Okay, krass. Occasionally, it causes enemies to bleed. Additionally, when the bleed is removed, all the bleeding enemy dies, you gain Jungle Bloodlust. Performing a secondary attack with this effect will cause the enemy to bleed heavily. Hm. Also, wir haben noch einen Poacher. Ich würde eigentlich noch ein bisschen gerne ein bisschen mehr Jungle Blood collecten und nicht unbedingt die Poacher hier haben. Wie ein Tiger wäre nice. Das ist irgendwie sowas, was ein bisschen mehr in den Dschungel passt, als nur Wilderer. Ich meine, hier sind kaum noch Tiere. Wie soll man denn hier gut wildern? Erklärt mir das mal. Save. Nur zur Sicherheit. Wir werden sowieso noch mal sterben. Das ist eigentlich so sicher. Wie das Armen in der Kirche. Frau Trap, geil. Ich habe noch Angst, dass ich auch an der falschen Stelle speichere und wir plötzlich angegriffen werden. Jedes Mal, wenn wir wiederkommen. Ich hätte mir das Jungle Biom anders vorgestellt. Vielleicht bin ich noch mit Ruin. Oh Gott. Nein! Och Mist. Voll in die Falle reingelaufen. Wie größer. Mehr Berge. Bergig. Kleine Seen vielleicht noch drin. Bisschen dichter, die Bäume. Und nicht unbedingt nur groß. Na ja. Kann sich halt nicht alles aussuchen, ne? Ja. Überall die Poacher, ne? Überall. Oh, das ist auch einer. Aber hier gibt es ja nicht wirklich was, ne? Sonst. Es gibt kaum Holz. Es gibt kaum irgendwas. Viel zu klein. Äh. Wir müssen immer noch ein Amulett holen. Das ist ein großes Problem. Was können wir eigentlich mit Jungle Wood machen? Arrow, Campfire, Torch, Hellcraft. Das macht keinen Unterschied. Das ist einfach nur ein ganz normales Holz an sich. Hilfe, Hilfe. Oh, ist ein Tiger. Was zur Hölle? Alter, hält der viel aus. Wo kam der denn her? Okay. Also das finde ich noch ein bisschen heavier als hier die Tough Pirates. Was zur Hölle? Okay. Okay. No shit, wo kam der her? Da können wir nicht lang laufen. Das ist alles voller Poacher. Der muss ja von hier irgendwo kommen. Tiger. Von wo? Ich frage mich, ob der jetzt noch da ist. Oder ob der einfach verschwunden ist. Oh Gott. Ihr habt den Speer auch gesehen, oder? Und ein Tiger. Yo. What the fuck? Ich würde gerne meinen Hunter-Pfeil auf den anwenden. Aber wenn der ihn nicht fertig macht, dann haben wir auch ein Problem. Eigentlich sollten wir jetzt Richtung Küste. Unser Schiff rufen. Ein paar Mal schlafen, damit wir wieder geerholt sind. Ja. Das ist eigentlich das Ziel, was wir jetzt eigentlich anstreben sollten. Das ist eigentlich das Ziel, was wir jetzt anstreben. Das ist eigentlich das Ziel, was wir jetzt anstreben. Oh, speichern. Auch wegen dem Typen. Ja, du bist ein krasser Typ, ich weiß. Ambitious Poacher. Alter Schwede. So, haben wir seine Sachen noch bekommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Mal gucken. Das bräuchten wir eigentlich auch mal. Ancient Flaming Eye Necklace. Made from the flaming eye of a great guardian. It burns bright, but the flames do not harm you. It can be used instead of a flint to create campfire. A campfire. Will not be... Ja, ich hab da auch ein Schiff gespeichert. Tales of Luthor. Every man has something that he fears. A gripping, immobilizing fear that haunts his dreams and calls to him even during the day. A fear that keeps a man safe within his walls, afraid to venture into the darkness. For many men, this fear is rooted in the name of only one creature. Luthor. Luthor is known among the people as an ancient tiger that stalks the jungles of this land in search for anyone he can devour. The stories of Luthor speak of fangs long as a man's arm and eyes that pierce into the soul. They say, when he looks at you, it is death itself, staring into your eyes. Many men claim to have caught a glimpse of Luthor, but none who have attempted to slay the creature have returned. Not much is known about Luthor. Rumors of his existence have been run for centuries and have been passed down through generations. Tales of his evil are told to children at night as bedtime stories meant to keep them from venturing into the woods. Some do not believe in such a beast. Many claim it is a myth meant to keep people from hunting the tigers. Even so, all have heard the tales and feel some sense of fear when his name is spoken. Perhaps Luthor is real. Perhaps he is a myth. Nevertheless, if you find yourself wandering the jungle at night, be wary. Unless, of course, you are sure the tales are nothing but fantasy. But I suppose that really is the question, isn't it? Do you believe? Hm. Okay, wir fischen ja nicht hier, also werde ich mal ein bisschen härtere Armor hier anwählen. Acht Physical Armor. Zehn Max her, ja, das ist schwierig. Okay, ja, momentan brauchen wir nicht mehr Gold von Pirates. Okay. Safe. Wir haben auf jeden Fall unser Amulett. Trotzdem interessiert mich jetzt die Geschichte mit dem Tiger. Ohne Scheiß. Also nachts sollen wir hier nicht hin, oder was? Ich würde sagen, dann gehen wir hier nachts mal hin. Aber wo ist der Tiger? Ich möchte den einen Pfeil nicht verwenden. Echt nicht. Den guten Hunting-Pfeil. Oh shit. Sterbe. Schon wieder ein Ambitious Poacher. Vielleicht hat der auch noch ein paar... Egal, wir kriegen den sowieso nicht platt. Außer wenn er das schon gekillt hat und wir ihn noch nachhauen, so ungefähr, aber... Und full AP haben. Die haben jetzt auch extra keine Tränke benutzt, weil der hat uns halt zuerst erwischt. Und das ist dann sowieso noch fast noch schwieriger, irgendwas zu erreichen. Und dann gibt's hier Grub. Müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher kommen. Wenn wir uns sicher sind, dass wir ein paar Viecher hier besiegen könnten. Oder ein paar Krätypen. Och komm. Hoch, 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 hoch. Warum kann er hier durchschießen, so? Lass mal ein bisschen Abstand halten hier. Dann können wir immer noch gucken, was hier auf den Inseln so roamed. At night.